herzlich willkommen ein fröhliches moin zurück zu let's play minecraft hart hart warum sag ich mal hart ich will gar nicht hart sagen ähm 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 wir wollten den nähter heute das heißt uns sind erstmal jede Menge an die Hose gefallen wieso das denn keine ahnung ich nehme erstmal das Weizen mit weil ich hier kurz runtergefallen bin und dann würde ich sagen gibt mir am besten auch schon den nähter denn ich möchte ein wenig entdecken ich hatte ja eigentlich vor mich mit demanden Zeugs auszurüsten und dann einzugehen aber komm ich bin einfach mal mutig und brauchen halt mehr Pfeile wenn dann ein Garst kommt ein Garstiger er ist nicht flüssig nein er ist gasförmig und Tiger ähm das war schlau ähm ja was wollte ich sagen das war knapp hast du gedacht ich wollte sagen äh nieder nieder entdecken die sind alle gefüttert und die Blöcken ungefähr so ähm ne äh nieder Festung suchen versuchen irgendwie Glowstone zu sammeln und ähm natürlich auch Quas brauchen wir dann und wir brauchen Lohnstäbe das wir wenigstens altimetisch bauen können wenn wir schon nicht genug Tinte haben ich frage mich immer noch wo wir Tinte erkriegen ich hab noch nicht einen doch hab ich ganz am Anfang ob ich vielleicht noch mal zum Anfang zurück hier weil die ganzen neuen Tiere von Most Creatures die naja sagen wir mal ich hab keine Tinte ich weiß auch nicht wo ich sie herkriegen soll hoch so ähm deswegen könnten wir eigentlich mal ach jetzt will ich mir da zweiteil ich könnte wieder da hinten hinlaufen zum Ursprung und mal versuchen dort irgendwie Tinte zu finden könnte ich eigentlich mal fix machen oder ich meine wir sind ja letztes Mal schon gelaufen da tut das ja nicht weh wenn wir das heute auch nochmal machen ähm so die Eier möchte ich aber gerne noch loswerden klingling so ah das Boot nehmen wir mit haben wir was zu essen dabei natürlich nicht was doof dann nehmen wir noch was zu essen da mit gehen wir raus tschüss haaa ok ähm ich geh nochmal auf die Suche nach Tinte ich brauch doch hier irgendwo ne Möglichkeit ähm meinen komischen Zaubertisch fertig zu stellen es sei denn ich kann auch irgendwo einen Zaubertisch finden aber das glaube ich am wenigsten Zaubertisch, Zaubertisch Tja keine Ahnung was ist denn das hier eigentlich äh und auch hier keine Ahnung das ist ja einfach mal so ein Loch Meteoritenkrater da könnte man auch schön was reinbauen übrigens ich werde aber erstmal nicht bauen heute nee nee wir hatten ja jetzt ich hab ja schon zwei Sachen gesagt die ich machen wollte ich wollte erstmal noch ein Tintendings umsammeln ich hoffe mir das wir erstmal irgendwo irgendwie irgendwann mal finden werden ähm ähm und zum zweiten bauen wir dann halt ein bisschen Zeug aus dem Äther so einfach kurz gefasst genau wie der Steak das habe ich auch mal ganz kurz angefasst dann können wir auch schon los weiter ähm lasst mich mal überlegen wo könnten wir denn ja keine Ahnung wir könnten am ehesten wirklich am Ursprung noch Tintfische finden weil Most Creatures hat ja ziemlich alles übersprungen hier äh über überprägt ja hmm toll dafür finde ich jetzt Schweine du Schwein ich will keine Schweine ach schön Moin Moin he das Tintel Tintel es Tempel es heißt Tempel okay Tintel kann ich hier denn nicht irgendwo noch Tinte finden Marok war das nicht der den wir gesprengt haben gesundheit also hier war jedenfalls kein tintenfisch hat mir grad gesehen warum ich guckte einfach mal das ist mir gerade so wuselig das lied die masterfrage ist jetzt war ich schon hier war ich noch nicht hier daraus finden wir einmal unter graben also kommt hier noch was ja ich dachte schon ich glaube hier war ich schon trotzdem nicht sicher ja ich glaube ich weiß schon wie war ich schon okay okay ja ist ja gut wenn es wieder zwei folgen ich hätte natürlich auch zehn ob sie da mitnehmen können und dann einfach mal hier in der wildnis ein portal stellen können aber lass mich einfach mal zum notpunkt laufen etwas glück finden wir dann auch das was wir suchen könnte nicht quallen aus dem singer geben wenn irgendwo quallen sind weil die tinte bringen da rauscht es ich bin mit absicht hier unten ich suche dinger schraubelige schleimige tintige irgendwas dazwischen ich erschrocken mann schützt abgezockt Ups. 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 Hui. So. Weiter. Taktitam. Hier war das eine X. Was war das für ein X? Na, da ist Spawn. Ach so. Das war hier. Oder kann ich eigentlich noch da oben, meinen Laun? Daaa. Komm, wenn wir schon mal hier sind. Und am nächsten Morgen auf und dann zurück. Jetzt weiß ich gar nicht, wann ich Aufnahmen gestartet habe. Ich bin wie immer sehr gut vorbereitet. Man merkt es schon. Ja. Stimmt, da habe ich einen Baum geklosset. Und einen stehen lassen. Das kann ich gut. So. Also ich habe einen Baum stehen lassen, ne? Das haben wir ja nicht gemeint. Okay. Lalalalalala. Schafsparty. Lalalalalala. 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 Was? Ich bin ja nur mal neugierig. Ach. Hör auf. Haben wir den Spawner gefunden? Mal eben? Vom vorbeilaufen? Ich höre aber nicht nur. Ich auch. Hi. Alter. Hallo. Hehehe. Hallo. Oh Gott, versteht der alles? Hi Jungs. Ist das gerade ein bisschen laut auf meinen Ohren? Noch jemand? Oh. Da ist ein Zombie-Pferd oder sowas. Hm. Äh. Ich habe nur zwei Fackeln mit. Das ist ein bisschen ärmlich. Und ich höre eine Hexe. Das ist noch blöd. Ja. Au. Wartet mal, Jungs. Ich gehe mal eben schlafen. Ich könnte ja eigentlich von oben auch einfach... Das ist auch eine gute Idee. Warte mal, wo ist der Spawn? Wir machen einfach von oben Licht rein. Dann spare ich mir die Fackel. Ha, 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 ha. Lololololala. Guten Tag. Hm. Wie, hier schießt mir einer runter. Am meisten freue ich mich auf die Hexe, die schon unten wartet. Die hickst. Eine hickst. Ein Zombie-Reiter? Ernsthaft? Nee, 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 nee. So einfach meiste nicht. Tschüss. Wir schlafen erst mal. Ich glaube, es wird Zeit, den Bogen auszupacken. Ähm. So. Jetzt habe ich den Bogen raus. Muss ich noch benutzen. Hallo? Oh. Oh. Hallo? Ich glaube, die Hexe habe ich erwischt. Was war das Pferd? Ein Schleim? Au. 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 Jetzt wartet doch mal. Ich habe euer Licht noch gar nicht rangemacht. So. Damit die da nicht mehr spawnen. Oder zumindest nicht direkt spawnen. Bum. 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 Ich kann ja mal gucken, wie es da aussieht unten. Ich habe mich keine verfackeln. Au. Sind da noch mehr? Ich muss dann mal gucken gehen. Ach. Hi. 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 Hey, du hast die Mütze aufgesetzt. Wo meine? Mach ich mal noch einen Fahrschein. Da-dam-dam. Da-dam-dam. Bin ich hier richtig? Oh. Ich glaube nicht. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ja, ich komm. Au. Oh, ein diamantenes Taumzeug. Eisen. Sehr schön. Namensschild. Was läuft denn da schon wieder? Irgendwas Schönes habe ich gerade noch gefunden. Mal sehen, ob ich die Hosen noch kriege. Hallo. Hallo. Äh. Äh. Hä? So. Haben wir das auch geklärt? Ach. Goldener Schlüpper. Schön. Zwei Glasflaschen. Nehme ich auch mit. Gut. Haben wir mal eben einen Spawner mit abgearbeitet. Da-da-da-da. Ach wie schön. Ach wie schön. Gehe ich mal wieder? Das Bett nehmen wir natürlich mit. Das war hier nur zum Ausruhen. Ich, ähm, werde mal versuchen zurückzugehen, damit wir noch in Henneter heute kommen. Auf Umwegen. Ich versuche natürlich am Wasser lang zu laufen. Uff. La. Ne, ich wollte ja hier unten gucken, ne? Aha. Gut. Planänderung. Ich bin ja gerne immer spontan. Äh, äh. Gibst du Tinte? Ne. Was ist das denn? Ein Bärchen. Hm. Hm. Ob die Tinte geben? Die geben höchstens Harz. Was ist das? Ein Waschbär? Kühe. Noch mehr Ents. Ich glaube, die Ente, die Enten lasse ich mal lieber in Ruhe. Hallo. Hör. Sehr schön. Ähm, das sieht ich auch nicht mehr so. Was ist das denn? Ah. Wann sieht das mein Herr? Sie braucht unbedingt mal ein Taschentuch. Ich kann Ihnen da was empfehlen. Ach, schön. Sieben reichen nicht ganz, um ein Portal zu bauen. Bin ich schon mal laden? Nein, aber fast. Tja. Ach, ich wollte ja eigentlich da hoch. Und dann gehe ich mal langsam zurück, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo Tinte finden. Wer ist das denn? Den Herren da drüben kenne ich noch gar nicht. Möchte ich mir mal ansehen. Hallo. Ach, ein Fleischer. Ja, auch gut. Und doch. Ich gehe mal wieder, ne? Sie haben einen etwas merkwürdigen Ausgang. Gut. Ähm. Dann mache ich mich mal auf den Ruck. Auf den Ruck. Rucksack. Äh. Mit 33 Level könnte man theoretisch was anfangen, wenn man schon einen Verzauberungstisch hätte. Wenn man schon einen Tintenfass gefunden hätte. Wenn man ein beschreibbares Buch hätte. Nö. Klar, blüppte einfach mal so ein Hai aus dem Ozean. Eben war er noch nicht da. Ich könnte ja noch mal ein bisschen paddeln, ne? Aber ich habe schon so viel gepaddelt. Na komm. Paddeln wir halt noch mal. Tschüss. Das sind Delfinen. Ja, ja. Delfine brauche ich jetzt weniger. Ja, schade. Was kommt denn hier für ein Gebiet? Ein einfach grünes. Gut, nehme ich auch. Aber eigentlich brauche ich wirklich nur Tinte. Beschreibbares Buch könnte man, glaube ich, auch irgendwo finden. Das könnte man eventuell sogar in einer Nähte-Festung finden. Ich glaube, wir machen uns mal auf den Rückweg. Das wird hier sonst nichts mehr. Kommen wir mal was anderes an hier. Nee. Nee. Wo bin ich denn gerade? Ja, mitten im Nirgendwo. Schön. Ah, schau sich einer nur diese schöne Brise an. Und hier gibt es wirklich nirgendwo... Ach, alles was ich suche, finde ich nicht. Und alles was ich nicht suche, finde ich. Hm. Zufall? Ist da eine Schlucht? Ich gucke mal eben, ne? Bin ja gerade auf dem Weg. Kann man ja schon mal vorbeischauen. Ja, ja. Da unter mir? Nee, sieht man gar nicht. Ähm, wo geht's denn nach Hause? Muss einer von den beiden sein. Ich hab mich schon wieder schön verfranst. Halt. Das sind Kuppis, ne? Nee, die brauch ich nicht. Hm. Da lacht die mich einfach aus. Die Insel da drüben ist auch sehr schön. Ich glaube, ich bin letztes Mal schon so viel rumgepaddelt. Ich wollte da nicht gar nicht mehr so viel paddeln. Lass mich mal zurück zum Dorf und dann ab in den Nieder. Das hab ich letzte Folge schon gesagt. Und nicht gemacht. Er war stets bemüht. Bitte seht es mir nach. Ich will, aber ich konnte nicht. Weil, naja. Warum hab ich's nicht gemacht? Weil ich noch schnell einen Tintenfass suchen wollte. Und das nicht gefunden habe. Und festgestellt habe, hm, es gibt ja doch keines mehr. Was ich eigentlich schon letztes Mal festgestellt habe. Hm. So. Also wieder zurück. Jetzt haben wir aber erstmal ein paar Hin- und Herfolgen gemacht. Wahrscheinlich werde ich im Niedersterben alles verlieren und nochmal von vorne anfangen müssen. Oder die Welt wird wieder gesperrt und ich darf sie wieder freischalten. Hm. Was? Nein, hab ich nicht gesagt. So, warte. Sechseinhalb Meter? Kann ich noch irgendwie weiter umschiffen? Hm. Ja. Können wir. Hm. Da. Eine Qualle. Nehme ich mal mit. Vielleicht haben die ja Tinte. Ne. Die haben Schleim. Was soll ich mit Schleim? Der hat nicht mal Schleim. Ja. Schade, schade. Hallo. Äh. Ähm. Äh. Wie komme ich da? So. Rein. Drücke rein. Komme ich hier durch? Ja. Schon. Wir schwimmen mal so weit wie wir können. Mit dem Boot. Ah. Ausgerechnet. Tja. Ich glaube, wir werden niemals irgendwas verzaubern können, sondern finden immer nur Bücher. Ist eigentlich eine geile Herausforderung. Den Zaubertisch einfach mal wegdenken. Den gibt's nicht. Hm. Was ich eigentlich sehr schade finde, denn ich wollte eigentlich sehr viel verzaubern. Wie immer. Klingt ja wie ein Husten. Oh. Hallo. Hm. Oh, gleich zwei. Das sind diese typischen Flusshaie. Wie, es ist schon Abend. Ich bin doch noch gar nicht so lange gefahren. Aber ich kann mein Boot wenigstens fast vor der Tür lassen. Komm ich noch dichter ran? Nein. Wir lassen es hier. Genau hier. Und das Huhn kackt vor Freude ein Ei aus. Ach, wie schön ist die Welt. Man könnte sich natürlich auch ein Spawn-Ei hinstellen und dann sagen, hier, Tintenfass. Und, hm. Vielleicht mach ich das auch. Ist mir auf einmal jetzt nicht mehr so wichtig. Ich geh mich noch entladen. Dann gehen wir aber los. Häh, mh, da. So. Ähm. Hier. Da. So. Da. So. Wunderbar. Hab ich mir schon nochmal gewünscht. Ähm. Mütze. Schuhe. Kann ich fast alles wieder bald gebrauchen? Alles fast wieder bald. La 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 la. Löhöööö. Der Herr bitte doch nicht so aufdringlich. Das kann man auch dezenter machen. Ähm. Den Bogen kann ich eigentlich auch hier lassen. Bum. 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 Äh. Ich möchte mir Fackeln mitnehmen. Die Texturen sind wieder verschwunden. Bam. 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 Und ich möchte mir noch Pfeile. Kann ich mir noch? Obwohl 53 reichen eigentlich. Ähm. Brauche ich nochmal 24 Kohle. Und da können wir auch schon los. Ja. Schon ist gut. So. Hab ich eigentlich schon Fackeln im Lager? Das werden wir gleich mal feststellen. Dam. 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 Nein. Hab ich nicht. Sonst wäre das schon verschwunden. Ähm. So. Würde ich sagen. Machen wir uns auf den Weg zum Neter. Beziehungsweise ich mache mich auf den Weg zum Neter. Wir sehen uns an der nächsten Folge im Neter. Ja. Sind wir leider wieder eine Folge nur rumgelaufen. Aber immerhin haben wir was Nützliches gefunden. Ja. Ein neues Dorf. Ein diamantenes Zaumzeug. Und Zombie-Pferd. Und ein Spawner. Und eigentlich jede Menge Kram. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Da sind wir wieder. Ja. Ich bin entzückt. Oh. Ich bin sehr entzückt. Oh. Schon tot. Cool. Hab ich ja nicht gesagt, dass meine Hacke fast hinüber ist. Guter Zeitpunkt hierher zu kommen. Da war Lava. Vorsichtig. Spätestens wenn die Dierhacke weg ist, hab ich ein Problem. Aber da ich eh nichts verzaubern kann. Müsste ich mich mit irgendwelchen Schmieden gutstellen. Die mir dann hoffentlich eine gute Sache verkaufen. Müsste ich mal mit 50 Smaragden oder so zum nächsten Dorf rennen. Und hole. Jemand zu Hause? Ich will jetzt aber nicht den ganzen Quarz mitnehmen. Das kann ich immer noch machen. Ich suche eigentlich eine... Ich hatte ganz vergessen, dass Endermen jetzt auch hier sind. Da ist ein merkwürdiges Pferd. Hä? Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Wo bin ich denn eigentlich? Ähm. Ach, ich bin von hier gekommen. Alter! Alter! Boah, ist die laut. Ich mach mir mal einen Fackelweg, dass ich auf der nach Hause komme. Quarz lass ich deswegen erstmal stehen. Mit vereinfacht... Erstmal nur erkunden. Die Musik passt hervorragend. Mit vereinfacht erstmal nur erkunden. Ja, da hab ich... Ja, ist das ja wunderschön. Ja, das kann man noch gelten lassen. Kann gruselig wirken. So. Pass auf. Wir müssen ja irgendwie... Was Neues? Kann ich hier... Hab ich eine Karte? Oh. Ich hab eine Karte. Und ich seh kein einziges Anzeichen auf eine Festung. Wunderschön. Da da da. Dann erkunden wir halt ein bisschen. Gehen wir einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Glowstone. Da vorne zum Beispiel. Ich mach mal meinen Stress. Diese Aufmerksamkeitsbedürftigen. Gast. Gibt's hier eigentlich auch einen Ort, wo man sicher weiterkommt? Vielleicht hier runter. Freu mich auch. Alter. Diese... Diese Geräusche. Mann. Ich glaub, das ist Absicht, dass sie so kreischen. Ich glaub, das gehört einfach zu Moe's Creatures. So. Oder atmosphärische... Störungen oder sowas. Alter. Oh. Aber doch nicht so laut. Mensch, muss man das so laut einstellen? Jetzt muss man doch nicht über alle Töne laut machen. Was ist das hier? Ups. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Erstmal drauf rennen. Vielleicht ist es... Vielleicht ist es nützlich. Ist hier jetzt irgendwas in der Nähe? Ich bin mal einfach so frei und nimm mal die Karte, ne? Ich seh aber auch nichts. Wenn hier irgendwo eine Festung wäre, hätte ich sie doch hoffentlich gesehen. Ich muss mir nur den Weg merken, von dem ich gekommen bin. Ja. Ich seh gar nichts. Wir gehen einfach ein Stück weiter. Keine Ahnung, wo ich hergekommen bin. Wow, wow, wow. Es war eigentlich schlau, jetzt die Fackeln eine Zeit lang auszusetzen. Ich hab nur ein Brot mitgenommen. Da! Ich hab's doch gesehen. Oh, ich seh's hier nicht. Ich hab doch da... Ich seh doch deine Festung. Ist der lieb? Ich weiß nicht, ob der lieb ist. Ist das eine Festung? Ja, es ist eine. Wie komm ich da hin? Gar nicht. Aber so... Aber so ganz und gar nicht. Ich versuch mal irgendwie rumzulaufen. Ja! Was ist das? Alter! Gib mir deine Punkte! Hab ich hier ne ruhige Musik heute? Repertoire? Ja, komm, das kann man noch gelten lassen. Aber wo bin ich denn jetzt hergekommen? Das ist die für bessere Frage. Ach, hier. Oh, Kölner, ist jetzt hör doch mal auf zu schreien. Soll ich die doch mal wegnehmen? Ich weiß ja jetzt im Prinzip, wo ich hin muss. Da hinten ist irgendwo eine Festung. Über den ellenlangen See komme ich doch niemals rüber. Ich könnte höchstens von oben nochmal versuchen, dann langzukommen. Ich werde auch ständig unterbrochen. So, wie, wie, da. Mr. Rendathon. Stimmt, die Endermen, die darf ich hier nicht aus der 8 verlassen. Oder aus der 9. Die sind nämlich ganz schön gefährlich. Ich finde es gut, dass sie die hier eingebaut haben. Aber wirklich. Was würde ich nur ohne sie machen? Hm. Kann doch nicht die einzige Festung sein. Da hinten irgendwo. Nee, da. Wo habe ich denn gestanden? Ich habe hier gestanden und habe da rüber geguckt. Dann muss das ja hier irgendwo sein. Oder noch weiter? Oder gucke ich in die falsche Richtung? Ich meine, ich sehe auch nichts anderes, ne? Da oben lang? Ich kann es ja mal versuchen. Dam, 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 dam. So. So, jetzt sag mir, dass du lieb bist. Es ist nicht lieb. Es ist nicht lieb. Ich habe da noch einen kleinen. Ich habe dich zu essen dabei. Ich, äh, nach. Oh. Alter. Ich muss mich so erschrecken immer. Meine Güte. So. Kleinen Scorpis lasse ich gerade mal. Ich habe ja gehofft, dass ich in der Nähe zu meinem Ausgang Was ist noch? Enderman. Äh. Ah, noch eine Festung finde. Okay, jetzt sehen wir. Ah. Ich bin gerade mal ein bisschen ruhiger. Ich überlege, ob ich jetzt schon rausgehe oder soll ich lieber noch drinbleiben und noch eine andere Festung versuchen zu finden. Aber die, die wir da gefunden haben, die ist hinter dem Ozean, mit dem Lava-Ozean. Wie soll ich da hinkommen? Das ist das Portal. Ich könnte doch nie hin. Lass mich hier drüben noch mal gucken. Dann müssen wir auch langsam wieder zurück. Ich kriege Hunger. Auch in der Realität. Nö. Ey, der hat getroffen. Der schon. Komm, ich gehe einfach nochmal lang. Hier ist aber auch nicht so ein Interesse. Ist einfach eine langweilige Gegend hier. Wo war jetzt mein Portal? Oh, weia. Also das nächste Mal müssen wir mit mehr Futter reingehen. Da drüben. Äh, mit mehr Futter reingehen und vielleicht schon ein klares Ziel haben. Aber ich habe jetzt auf meiner Karte auch nicht irgendwie was markieren können oder so. Doch, das ist ein Mark... Ich hätte was markieren sollen. Ich habe es aber nicht gemacht. So, warte. Gehen wir erstmal zurück. Okay. Schade. Na ja, haben wir wenigstens ein bisschen Quarz rausgefischt. Na super. Er ist mal direkt am Niederportal. Nenn ich das wieder irgendwelche Zombies ra... Hey, komm. I need a burger. I call it up for the burger and the eat of the night. And I eat it tonight. Hm. Naja, ich komme ja schon. Erstmal packe ich was weg. So. Ah, wir haben noch zwei, drei neue Blöcke bekommen. Gasträne. Und hier Niederkrams. Habe ich das da? Warte ich denn... Habe ich das da hinten drin? Der Magen muss gerade mal warten. Haa. So. Okay. Jetzt aber schnell ein paar Fleischdinger hier reindrücken. So. Aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen habe ich gerade keine Lust mehr auf den Nieder. Wahrscheinlich, weil das Ganze hinter einer... Hinter einem Lavastrom war. Ich müsste mich da irgendwie rüber bauen. Und bei dem ganzen Gesocks, das da überall rumfliegt, weiß ich nicht. Ist doch so schwer. Ich werde es aber wohl irgendwann machen. Das sollte nur ein Stöbern sein. Entweder gehe ich das nächste Mal nochmal in den Nieder, ganz mutig. Oder wir bauen hier weiter. Ich weiß noch nicht so recht. Jetzt mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, es gibt noch jede Menge zu bauen hier, oder? Ich könnte eigentlich auch mal wieder... Hm. Das muss ja noch groß werden. Naja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.